Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo über meinen Gesundheitsstatus, damit ihr mal auf dem Laufenden seid. So, ich habe nach meiner OP jetzt das Krankenhaus verlassen und bin jetzt ca. 1 Woche auf Reha und ich kann nur so viel sagen, es ist schon etwas mehr möglich als vorher und wir schauen, dass wir jetzt noch ziemlich viel trainieren, damit wir wieder sozusagen gehen werden. Es wird noch ziemlich längere Zeit dauern, würde ich mal sagen, so ca. 3-4 Wochen. Ich hoffe aber trotzdem, dass mein Kanal euch gefällt, wenn nicht, könnt ihr dies liken. Ansonsten bitte liken oder abonnieren. Ich versuche, wie gesagt, so viele Videos wie möglich für euch bereit zu stellen. Da aber die Internetgeschwindigkeit in der Reha Klinik etwas langsam ist, muss ich leider bei der Qualität etwas zurückschrauben. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse und schaut trotzdem meinen Kanal weiter und habt trotzdem Spaß, meine Videos zu schauen. Nun, das war mal eine kleine Info für euch, wie es mir zurzeit geht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Euer Niki Patze. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Beidegcolnoon. Genau jetzt. So gute Zuschauer.